Und heute gibt es mal hier eine Runde! Cyborg Towers! Los, machen wir einen Euro! Gucken, wie wir etwa hier kommen. Das Vieh brauchen wir nicht. 2, 5, 1, 2, 6, 2, 36. Okay, der Cina war schon mal weg. 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 Okay, wir sind weg. Reicht nicht. Das ist jetzt mal eine vernünftige Kappe hier. Wahnsinn. Jetzt wird es aber eng durch. Geils Karten. Einmal nix. Und heute mal eine Runde Thai Flower. 2 Euro Einsatz. Mal gucken was das bringt. Davon bräuchten wir fünfmal. Das war's. Das war's. Und eins haben wir noch. Vier dazu. Und heute gönnen wir uns mal eine Runde Mystic Dudes. Zwei Euro Spiele Einsatz. Oh schon verpufft die Gäste. Das war's. Das war's. Das war's. Huh? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. oh oh, das rückst du nochmal raus auch weg schade und hier gibt es mal muscheln ohne hände guck dir das an sehr schön acht freispieler isaiah Und schon ein paar mehr, damit wir das Butter mal bekommen. Oh, sechs, Bronze. Ein Freispiel dazu. Sehr schön. Das ist ja schon mal was. 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 Und dann haben wir noch die Nummer 10. Oh, volle Packung K. Ne, mehr gibt es nicht. Ein Freispiel dazu. Noch eins. 151. Und hier gibt es mal 10 Freispiele. 2 Euro Einsatz. Los gehts. Und stellt euch doch mal hin. Übel. Jetzt aber los. Ja. Ja. Haben wir schon besser gesehen. Aber gut, was willst du machen? Dann bleiben es eben 74. Et is wie et is.